Ich bin Dominik Trududitsch, vor Ort bei den Dresden Titans, 2,3 Meter groß, 20 Jahre alt, 105 Kilo schwer. Dominik kam zu Saisonbeginn vom Perspektivteam des MTV Wiesen zu den Basketballern der Dresden Titans. Mit denen will er unbedingt in die Playoffs und dazu musste beim Sparkassen-Game-Day gegen die Uni-Riesen aus Leipzig endlich ein weiterer Heimsieg her. Vor einer Kulisse von 1215 Fans in der Margon-Arena machte sich dann Dominik gemeinsam mit den beiden Neuswänden Jaroslav Thürner und Guy Oth dann daran, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Doch zunächst waren es die Messestädter, die besser in die Partie einstiegen. In der ersten Hälfte waren wir noch ein bisschen zu weit weg vom Gegner. Das haben wir hinten raus besser gemacht und deswegen, denke ich, verdient gewonnen. Auch Dominik sollte zum Zug kommen und das nicht nur, weil er Praktikant bei den Titans ist. Ja, richtig gehört, Praktikant. Denn wenn der gebürtige Deutsche nicht im Mannschaftstraining der Titans weilt, dann hat er im Verein eine 40-Stunden-Woche mit verschiedenen Tätigkeiten zu verrichten. Er macht ein soziales Jahr hier in der Elbe-Stadt, aber nicht nur das hat ihn hierher gelockt. Mein Vater hat eine Zeit lang in Dresden gearbeitet früher und hat mir eigentlich nur Positives erzählt von der Stadt, dass es wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt ist mit sehr, sehr schönen alten Gebäuden und damit kann man mich irgendwie immer locken, keine Ahnung wieso. Also ich interessiere mich nicht zu sehr dafür, aber irgendwas reizt mich schon daran. Wie hier in der 80. Grundschule an der Windbergbahn möchte er den kleinen Riesen die Freude am Basketball vermitteln. Er bringt ihnen dabei sozusagen das 1x1 bei, welches man bei seinem Sport so braucht. Und die Grundschüler sind mit Begeisterung dabei bei einem solchen Titanen. Er trainiert uns gut und es macht Spaß bei ihm zu trainieren. Naja, weil die zweite Bundesliga ist schon recht gut und ich habe auch schon ein Spiel von den Titans geguckt. Leider waren bei unserem Besuch keine Mädchen in der Halle, aber die würde Dominik mit Sicherheit genauso intensiv und liebevoll trainieren, wie er das an diesem Nachmittag mit den Jungs getan hat. Aber Training ist für ihn auch nicht alles, daher kam es zu diesem Job. Ich wollte immer mal wissen, was hinter einem Verein passiert, nur Basketball war mir halt nicht genug. Wollte mal gucken, was hinter den Kulissen passiert. Die Titans haben einfach jemanden gesucht, der ihnen so ein bisschen Unterstützung gibt, der ihnen ein bisschen hilft, ein paar AGs macht und ein paar Aufgaben im Büro übernimmt und hat es einfach perfekt angeboten. Aber zurück zur Begegnung mit den Uni-Riesen-Leipzig. Nach verschlafenem Beginn fanden die Titans immer besser ins Spiel und auch die beiden Neuen wurden immer besser integriert. In der zweiten Hälfte gelang es den Dresdnern, die Lage unter dem eigenen Korb zu kontrollieren und zugleich die Würfe jenseits der Dreierlinie zu verhindern. Die eigenen Ballverluste wurden deutlich weniger und endlich schafften es die Titanen, diese Leistung bis ans Ziel zu bringen und nicht mit sich selber wieder zu hadern. Wir wissen, dass wir sehr hart arbeiten, wir wissen, dass wir einen sehr guten Coach haben, der uns immer unterstützt und der uns auch einiges Gutes zeigt. Wieso es jetzt eigentlich nicht geklappt hat in den letzten paar Spielen, liegt halt einfach daran, dass die Pro B Nord sehr, sehr eng beieinander ist. Also die Teams sind sehr, sehr ähnlich von dem Leistungsstand her und dann verliert halt jeder mal gegen jeden und jeder kann auch gegen jeden gewinnen. Leider standen wir halt immer am kürzeren in den letzten Spielen, aber ich denke mal in der Zukunft wird das auf jeden Fall anders sein. Am Ende gab es am Sparkassen-Game Day einen verdienten 86 zu 76 Sieg und die Sparkasse hofften natürlich auf weitere Siege und die Zukunft der Titans. Wichtig für uns ist immer, dass Nachwuchs da ist, also das heißt, dass Nachwuchsarbeit gegeben ist, dass, ich muss sagen, die Jugend in Arbeit, also was zu tun bekommt und wenn dann eine erste Hand dazu kommt, die auch super spielt, dann ist das für uns natürlich noch einfach für die Außenwirkung wichtig, weil einfach das eine Mannschaft ist, die auch uns oder unser Haus an sich durch, dadurch, dass überall Sparkasse dann auch drauf steht, auch zeigt, dass wir hier schon sehr breit aufgestellt sind und versuchen das wirklich, vor allen Dingen hier auch in Dresden, viele Sportarten, ich muss sagen, den Weg zu den Menschen finden und natürlich auch die Menschen dorthin, also das ist schon so. Auch wenn er gegen die Leipziger für seinen Geschmack noch zu wenig Einsatzzeit bekommen hat, so hat der Zwei-Meter-Mann, der vor seiner Verpflichtung der Titans bereits ein Jahr in Bosnien spielte, noch ganz hohe Ziele. Mein Leben lang will ich nicht in der Pro B spielen. Es wäre mir natürlich am liebsten, wenn wir mit den Titans aussteigen könnten, in die Pro A und dann irgendwann auch in die Bundesliga. Das ist so das Ziel, so hoch wie möglich zu kommen und so hochklassig wie möglich zu spielen. Also ich denke, kein Basketballer gibt sich mit dem zufrieden, was er gerade hat, oder kein Mensch eigentlich mit dem, was er gerade hat, sondern will einfach das Bestmögliche erzielen. Einen kleinen Dämpfer für die hohen Ziele des Dresdner Basketballers gab es allerdings bereits wieder am Wochenende. Da verloren die Elbriesen nach schwacher Leistung in Recklinghausen. Hoffentlich haben alle nach dem Heimspiel am 30. November gegen Magdeburg wieder einen Grund. Zum Feiern.